Viele Aspekte, die für unser alltägliches Leben super wichtig sind, werden uns in Schule und Studium gar nicht erst beigebracht. Und einer dieser Aspekte ist die Frage, wie man überhaupt vernünftig lernt. In meinem Bachelor- und jetzt in meinem Masterstudium habe ich durch viel Ausprobieren und Scheitern herausgefunden, wie man letztendlich wirklich effektiv lernt und damit gute Ergebnisse erzielt. Und weil sich leider sonst niemand die Mühe macht, habe ich mir mit diesem Video die Aufgabe gesetzt, dir mal die wichtigsten Punkte zu erklären, damit auch du anfangen kannst, wirklich effektiv zu lernen. Es ist fast schon ironisch, dass wir in Schule und später im Studium nie richtig beigebracht bekommen, was effektives Lernen wirklich ausmacht. Im Vergleich dazu gibt es in jedem Job oder bei allem anderen, was man macht, meistens immer eine Einarbeitungsphase und jemandem, der einem erstmal erklärt, wie man die Dinge richtig und effizient macht. Aber beim Lernen ist das nicht so. Stattdessen bringen uns Lehrer und Dozenten meistens irgendwelche Fächer bei. Das heißt im Bio beispielsweise Informationen dazu, wie der menschliche Körper funktioniert. In Mathe beispielsweise, was Nullstellen sind und wie man die berechnet. In Deutsch beispielsweise, äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was man wirklich durch sowas wie Gedichtsanalysen lernt. Aber das Entscheidende dabei ist, dass wir zwar Informationen vorgelegt und erklärt bekommen, aber im Anschluss einfach nur gesagt wird, lernt das jetzt. Es gibt Dutzende Studien und Forschungsprojekte, die im Laufe der letzten Jahrzehnte versucht haben, genauer zu verstehen, wie wir Menschen lernen und wie man das verbessern kann. Allein die Tatsache, dass erwachsene und studierte Forscher teilweise jahrzehntelang nach Möglichkeiten suchen, um effektiv zu lernen und das zu verbessern, ist für mich eigentlich schon Beweis genug, dass man einem Schüler oder Studenten nicht wirklich sagen kann, fange jetzt einfach an zu lernen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ehrlich gesagt bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das einer der zentralen Gründe ist, warum Videos zu Lernmethoden und Lerntipps auf so Plattformen wie hier auf YouTube so erfolgreich sind. Denn wenn wir die Antworten auf diese Fragen nicht in Schule und Studium bekommen, dann schauen wir uns halt nach anderen Möglichkeiten um, wo wir Antworten auf diese Fragen kriegen. Und genau deshalb ist Tipp Nummer 1, wenn dir sonst nicht beigebracht wird, wie du effektiv lernst, dann schau dir dazu Videos an, hör dir Podcasts an oder Hörbücher und finde damit selbst heraus, wie du effektiv lernst. Eine Möglichkeit, um genau das zu tun und die ich selber regelmäßig nutze, ist der heutige Sponsor des Videos, nämlich Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der du jederzeit und in nur 15 Minuten durch die Inhalte von über 5000 Sachbüchern immer mal kurz dein Wissen erweitern kannst. Das heißt, du kannst dir beispielsweise auf dem Weg zur Uni anhören, wie man effektiver lernt und es dann direkt umsetzen. Zwei Titel, die ich dir dafür auf Blinkist empfehlen würde, sind einerseits Deep Work oder auf Deutsch konzentriert arbeiten und andererseits das Zettelkastenprinzip. Der erste Titel bezieht sich dabei auf das Thema Konzentration in einer Welt voller Ablenkungen und der zweite Titel auf eine konkrete Lernmethode beziehungsweise auf Lernen ganz allgemein. Das Beste ist, du kannst Blinkist sieben Tage lang kostenlos testen und dann also schon mal diese zwei Titel beispielsweise ausprobieren und durch das neue Feature Blinkist Connect kannst du dir im Anschluss, wenn du das Abo abschließt, den Account mit jemandem teilen und damit auch die Kosten mit jemandem teilen. Das heißt einfach, ihr kriegt zwei Accounts zum Preis von einem und wenn ihr das Ganze mit meinem Link macht, dann kriegt ihr nochmal 25% Rabatt auf das Jahresabo. Also wenn das kein guter Deal ist, dann weiß ich auch nicht. Gehe also gleich mal auf den Link in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren, guck dir das Ganze an, wie gesagt, sieben Tage kostenlos, am Anschluss noch 25% Rabatt und du kannst dir das Ganze teilen. Glaub mir, das wird dein Lernen aufs nächste Level heben. Schauen wir uns als nächstes aber noch einen der größten Fehler beim Lernen an. Ein fundamental wichtiger Punkt, den ich in den letzten Jahren erst so richtig realisiert habe, ist, dass Lesen nicht gleich Lernen ist. Wahrscheinlich kennst du auch die Situation, dass du dir irgendwelche Texte oder Informationen durchliest, am Ende des Textes angekommen bist und dann, wenn du jetzt versuchst, das irgendwie aus dem Kopf zusammenzufassen, merkst, dass nichts hängen geblieben ist. Teilweise ist es sogar so schlimm, dass wir wirklich alles, was wir gerade gelesen haben, direkt wieder vergessen. Genau diese Situation zeigt eigentlich schon, dass Lesen keine effektive Art und Weise ist, um Dinge wirklich zu lernen. Und das Entscheidende dabei ist, das gilt nicht nur für irgendwelche Bücher oder Texte, sondern das Problem mit dem Lesen gilt auch für deine Zusammenfassungen. Bei den meisten hat sich Lernen so etabliert, dass man Lerninhalte durchgeht, zusammenfasst und dann mehrfach durchliest. Denn das ist eine Lehrmethode, bei der man das Gefühl hat, dass man sich schon relativ intensiv mit den Inhalten auseinandersetzt. Aber leider ist es eben nicht so. Den Grund dafür erkennen wir, wenn wir mal kurz darüber nachdenken, was unser Gehirn denn zu tun hat, wenn wir irgendwelche Sachen lesen. Bei so Lernformen wie dem Lesen von Zusammenfassungen ist die einzige echte Aufgabe, die unser Gehirn dabei hat, die Augen über die Zusammenfassung gleiten zu lassen. Selbst wenn wir die Zusammenfassung lesen und dabei versuchen, das Ganze in unserem Kopf zu wiederholen und uns einzuprägen, ist das Einzige, was wir dabei wirklich machen, diese einzelnen Wörter einfach in unseren Kopf zu kopieren. Wir verstehen das also nicht wirklich und merken uns einfach nur die Zeichen, die da auf dem Blatt Papier stehen. Und genau deshalb wird sowas wie Lesen oft als zu passive Lernmethode beschrieben. Okay, ich muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass es oftmals tatsächlich reicht, wenn man so lernt, denn in Schule und Studium ist es manchmal wirklich nur gefordert, dass man irgendwelche Informationen von Blatt A auf Blatt B, also die Klausur, kopiert. Andererseits reicht es in vielen Fächern auch nicht, weil man oftmals auch Sachen erklären muss oder Informationen verknüpfen muss, weil man Sachen vielleicht auch logisch erschließen muss und das geht nur, wenn man die Sachen nur wirklich richtig gelernt hat. Allein die Erkenntnis, dass Lesen grundsätzlich eine zu passive Lernmethode ist, verändert eigentlich schon alles für uns. Denn für die meisten ist das bis zu dem Zeitpunkt die zentrale Methode, um neue Sachen zu lernen. Wenn das also wegfällt, stellt sich natürlich die Frage, wie sollen wir stattdessen lernen? Ein mittlerweile relativ bekanntes und effektiveres Lernkonzept ist das Konzept des Active Recall. Wie der Name nämlich schon sagt, geht es dabei genau darum, aktiv zu werden. Nicht mehr nur so oberflächlich oder passiv Sachen zu lernen, sondern aktiv darüber nachzudenken, die richtig einzuprägen und zu verstehen und im Anschluss in Prüfungssituationen problemlos erklären zu können. Das einzige Problem ist, Active Recall ist mehr so eine Art Konzept und keine ganz konkrete Lernmethode. Grundsätzlich geht es erstmal nur darum, dass man sich aktiv mit den Lerninhalten auseinandersetzt und damit einen deutlich besseren Lerneffekt erzielt. Wie man das genau macht, ist dann wiederum jedem selbst überlassen und genau das macht es wieder ein bisschen schwierig. Mein persönlicher Ansatz, um mit Active Recall zu lernen, ist allerdings relativ einfach und wiederum sehr effektiv. Deshalb habe ich dir das Video dazu direkt am Ende dieses Videos verlinkt und dann kannst du dir das auch nochmal im Detail anschauen und dann direkt umsetzen. Bevor wir damit aber weitermachen, gibt es noch ein, zwei Punkte, die ich dir unbedingt auch noch mitgeben wollte, weil die bestimmen, ob das letztendlich bei dir funktioniert oder nicht. Was in den meisten Schulen und Unis meiner Meinung nach immer noch viel zu kurz gehalten wird, ist das Thema Konzentration. Beziehungsweise kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass mir irgendwann mal irgendjemand irgendwas über Konzentration beigebracht hat. In den meisten Fällen ist Konzentration sogar deutlich wichtiger als irgendeine Lernmethode, denn ohne Konzentration können wir nicht lernen und ohne Lernen können wir auch keine Lernmethode anwenden. Die eine Person kann stundenlang lernen und das ohne Probleme und die andere Person ist schon nach 15 Minuten zu Tode gelangweilt. Und wichtig zu verstehen ist, dass deine Konzentrationsfähigkeit sich deinem grundsätzlichen Verhalten im Alltag anpasst. Und genau deshalb finde ich, dass Konzentration so ein bisschen wie Wasser ist. Genau wie Wasser die Form eines Glases, einer Flasche oder einer Schüssel annehmen kann, passt sich deine Konzentrationsfähigkeit beispielsweise vielen schnellen Eindrücken auf TikTok oder eher langsamen Eindrücken beispielsweise beim Lesen immer wieder an. Das einzige Problem dabei ist, dass sich die Konzentration nicht ganz so schnell anpasst wie beispielsweise Wasser. Wasser verändert sich sofort in andere Formen und kann sich damit sofort anpassen. Unsere Konzentrationsfähigkeit dagegen braucht meistens ein paar Tage oder Wochen, bis sie sich komplett umgestellt hat. Okay, die Moral dieser ganzen Geschichte mit Wasser und Konzentration ist letztendlich einfach nur, dass auch die Sachen, die du sonst in deinem Alltag machst, auch wenn du nicht lernst, beeinflussen, wie deine Konzentrationsfähigkeit sich entwickelt. Das heißt, vor allem vor Klausuren solltest du schauen, dass du die Zeit mit Medien deutlich reduzierst, damit deine Konzentration sich eben auf das Lernen anpasst und nicht auf diese ganzen Medien. Zuletzt ist wichtig, dass du dir bewusst machst, dass du das Ganze niemals von heute auf morgen komplett ändern kannst. Genauso wie beispielsweise beim Sport wirst du auch beim Lernen nur besser, wenn du das Ganze über eine längere Zeit regelmäßig machst. Lernen ist zu großen Teilen absolute Übungssache. Ich habe das nämlich selbst in mehreren meiner Klausurphasen immer wieder gemerkt. Die ersten Tage sind mir extrem schwer gefallen, weil ich vorher nicht so intensiv und lange gelernt habe. Aber nach ein paar Tagen oder nach der ersten Woche habe ich dann plötzlich gemerkt, dass ich oft problemlos mehrere Stunden am Stück lernen konnte und das ohne es wirklich zu registrieren. Ab einem gewissen Punkt passiert es nämlich einfach, dass sich unser Körper und unser Verstand an das Thema Lernen gewöhnen und es ab dann kaum noch ein Problem ist. Genau deshalb braucht nicht nur deine Konzentration eine Art eine Gewöhnungsphase, sondern auch der Rest deines Körpers. Und diese Gewöhnung kriegst du nur, indem du es regelmäßig machst, auch wenn es manchmal schwer fällt. Wie versprochen, findest du in diesem Video hier meine konkrete Active Recall Lernmethode, damit du ab jetzt wirklich effektiv lernen kannst. Freunde, ich wünsche euch wie immer einen Hammertag, macht das Beste draus und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!